Hallo und herzlich willkommen zurück zum LS17 Animes Projekt mit dem Frizy und dem... Hi, Go! Hallo! Ich wollte noch gar nicht fertig machen. So, ähm, ja. Mein Beatbox wird immer besser, oder? Kann das sein? Bist du? Was ist das für eine Aussage? War keine. Ist es nicht gut oder was? Nö. Dein Ernst? Keine Ahnung, ehrlich gesagt habe ich nicht zugehört. Ich bin verschreckt gegen eine Mauer gefahren. Wie gehen wir heute jetzt im LKW? Ja. Ich bin da ja. Mein Name ist Danny B-B-B-B-N-E. Kennt ihr den? Ist aber ein bisschen crazy. Boah, Füßi, was ist denn jetzt wieder los? Nix, warum? Boah, dann Pork with us. Jetzt ist ein neues Game komplett raus. Pork with us. Also nicht, ähm... Ich fahre mal in Ansicht. Das ist Interessanter. Sollte Scheiße, ey. Weil ich bin wieder voll im Pokémon Go-Fieber, Alter. Oh. Oh, ist das dämlich. Ja, gut, man merkt es in Ferien. Dann bist du auch einer von denen, die jetzt noch Dings im Bollerwagen sich hierherziehen, mit der Dingsautobatterie drauf, ne? Was? Was? Bei uns hab ich schon Leute gesehen und nur Witze, die haben eine Riesenautobatterie hinten im Bollerwagen. Gab nur, da müssen sie genug Strophis-Zendie haben. Das ist dämlich. Aber das kann ich mir vorstellen, ja. Ich hab'n Pikachu mit Hut, ey. So, ich werde ja jetzt gerne mal diese verkaufen gehen, aber das Problem ist hier, unser Traktorer ist, äh... Wir haben... Wow. Ein wildes Hut-Hut? Was? Ein wildes Hut-Hut? Wir haben da nicht genug Traktoren. Und... Wir brauchen manchmal so ein... Irgendwas cooles brauchen wir mal. Der LKW wäre eigentlich geil. Haben wir irgendwas mit der dicken Schaufel? Weil dann könnte Tiger das einfach an den Rand kippen, aber... Natürlich dann doppelt arbeiten, ne? Ja, wenn wir ein Radlader hätten, hätte ich gesagt, gut, machen wir aber. So, ich fühle jetzt trotzdem mal fix eine Runde Diesel verkaufen, ne? Ja, mach das mal. Wie viel Diesel haben wir... Hm, na gut. War das? Warte mal, Diesel, Diesel, Diesel. Das war ja dort genau. Haben wir Diesel in der... Ja, in unserer Hof-Tankstelle haben wir ja welchen, ne? Ja. Genau, da haben wir schon was eingelagert. Das weiß, wir könnten wir so easy brauchen. Das war mein letzter Sekunde. Deco Mio! Kannst du den gelben Anhänger nehmen, war mit dem nicht irgendwas? Nee, ne, den könnte ich nehmen, ne? Der gelbe ist alle alleine nur für Sprit. Achso, na gut, das wäre ja nicht schlimm. Nö. Können wir eigentlich auch das Speiseöl verkaufen? Können wir theoretisch tun, ja. Wurde sich das ja sogar lohnen. Aber sicher. Ich glaube, ich glaube, da kriegst du nicht wirklich schlecht Knarze für. Eigentlich ganz gut, ne? Wie sie muss man selber tanken, bitte? Ich bin... Mache ich gerade schon die ganze Zeit, alles gut. Achso. Bam, 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 bam. Ach ja, und sonst so? Die Woche geplant. Also bei mir ist die Woche ja hardcore. Also hardcore ist gar kein Ausdruck. Wieso? Wenn es dumm kommt, lasse ich Mittwoch den Stream ausfallen. Wieso? Ja. Weil ich... Ich war auf die Reihe krieg. Wieso? In der Wohlstelle. Ja, wieso? Oh, Alter. Ey. Weil wahrscheinlich viel zu tun. Ja. Heute haben die Verputzer angefangen. Aha, jetzt kommen wir zum Thema. Okay, ja. Thema ist gleich. Ich war es in dein Gesicht. Nein, ähm. Kennst du ja schon. Auf jeden Fall, ähm. Pass mal auf, du kleiner Mongo. Wenn du jetzt den Speiz hier ein bisschen mitmachst, ne? Hä? Ja, wotan. Dann bist du raus. Ja, wotan, 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 wotan immer. Ja, siehste, wotan. Es tut mir echt leid, aber... Ich will nicht mehr. Aber was? Ich kann das nicht mehr. Was kannst du ja nicht mehr? Diese Disserei und so, das macht mich fettig. Na, ich hoffe, dass du es fertig macht. Das ist ein Wichser. Ich weiß nicht, was ich mir darauf sagen soll, um ehrlich zu sein. Weißt du was? Ähm. Willst du jetzt hier voll serious machen, oder was? Nö, auf gar keinen Fall. Das wird nicht bei mir passen. Ne, das wird auch nicht passen, aber hast du kein Monster gesoffen heute, oder was? Nein, schon seit zwei Wochen nicht. Oh, boah. Wieso glaube ich das nicht? Das ist so, und da könnt ihr gerne meine Freundin fragen, weil sie hat meine Kontokarte. Du laberst eine Scheiße, Alter. Das ist so. Da liegt ein Rottfresh ins Gesicht, ey. Das ist der Hammer. Was denn? Wo habe ich denn getrunken? Bei deiner... Wo du bei deiner Mom warst. Ja. Hast du selber noch gesagt. Ja, genau. Und das ist... Wie lange her? Ja, letzte Woche. Super. Zwei Wochen. Letzte Woche warst du dort. Stimmt. Ich habe eineinhalb Wochen kein Monster getrunken. Ja, stimmt. Ja, naja, gut. Ist ja auch scheißegal. Du kannst so viel Monster saufen, wie du willst. Wie ist das? Jetzt ja. Meine Frage... Siehst du, Herr Guck? Was ist das? Kleine. Sauer. Auf jeden Fall... Wo waren wir stehen geblieben? Aber für Sie... Ja. Nicht, dass dann die Leute in die Kommentare wieder schreiben, du darfst nicht mehr so wie früher, ne? Habe ich schon gelesen. Ja. Lachen mal wieder wie früher, hm? Das Lachen vergeht mir ja bei solchen Kommentaren. Das Problem ist, weil er macht jetzt wieder eine Folge und macht, da zieht er, wenn sie irgendeine Scheiße durch, was er sowieso nicht länger hinkriegt und dann in der nächsten Folge labert er wieder nur Dünches. Ich mach doch gar nix. Ja, und jetzt, ey, meinst du, boh, boh, ey, und ey, ich bin der King und, ach, ähm, ja. Ja, Fisi, du bist, du bist wohl, ja. Halt die Schnauze, ey. Ja, aber so geht es ja wieder, weißt du, jetzt versuchst du ja nur süß zu machen. Ich mach doch gar keinen auf Serious. Aber ich kann da drüber nicht mehr, oder ich weiß nicht, was ich da drauf sagen soll. Vogel. Ja, kannst du mal an meinen Nippel lutschen, Mann. Ey, ohne Mist, ey. Die sind mir zu behaart, Alter. Meine Brust ist nicht behaart. Ja, hab ich doch gesehen, ey. Wann hast du das gesehen? Auf den Gamescom. Der hat's schon behaarte Brust, oder was? Du warst doch nackt. Ja, ja, aber ich hab da keine behaarten Brust. Kein sich, wo mir massenhaft Haare wachsen ist zwischen den Pobacken. Oh, ne, krank. Nein, nein, ich war nur Spaß. Aber ich hab wirklich keine Brusthaare, ne, ein paar Einzelne, aber nicht jetzt irgendwie. Bei manchen wächst es ja auch mal aus dem T-Shirt raus. Ja. Wenn wein. Wo muss ich denn den Diesel verkaufen? Tankstelle. Yo, wo ist denn die? Ähm, äh, keine Sä... Ne, warte mal. Nimmst du das Tanksymbol über den Job, dann bist du richtig. Boah, Friesi, mal ganz ehrlich. Sei froh, dass du rüben in der Erde wachst. Sei froh. Ach, das ist okay. Selbst darauf fällt dir nix ein. Na doch. Ne, wir sollten jetzt aufhören. Er schwenkt um, ich merk das. Wie, er schwenkt um? Er schwenkt um. Es kippt. Aber ich wollte gerade sagen eigentlich, warum jetzt, äh, das alles katastrophal ist. Und zwar, erstens haben wir heute die Putzer angefangen. Ja? So, jetzt verputzen die mein gesamtes Erdgeschoss. Zeitgleich, waren mein Maler da. Kann gar nicht. Das kann gar nicht. Du hast mich gar nicht gefragt. Ja, das muss ja auch ein bisschen zügig gehen. Auf jeden Fall, ähm, waren meine Maler da. Ja, scheiße, wo verkaufe ich denn das jetzt hier? Warte mal, einfach an der Tankstelle. Tankstellen-Symbol über den Job, da ist ein Trigger. Hier, guck mal, da stehe ich doch. Aber wo ist der Trigger? Hast du mein, ähm, Video gesehen? Äh, Elternhaus-Vokultur. Ja, das hab ich gesehen. Manus? Ja, ja, äh, über, äh, nicht ganz, ja. Okay. Ja, warum? Nur so wollte ich nur mal wissen, ob du das gesucht hast. Ach, Eisler, 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 Tiger. Äh, ja, nicht ganz. Ja, warum denn? Ich wollte nur wissen, ich wollte nur fragen, wie du das Haus findest, wenn ich. Ach so, ja, Gott. Das, äh, fand ich eigentlich ganz schön. So. Was ist jetzt, äh, hä? Ist jetzt auch irgendwie, ist auf irgendwas hinaus, nicht? Ne, ich wollte nur fragen, wie du das Haus findest, das hab ich dich doch gefragt. Du hast gesagt, ja, ganz schön. Ja, ist das, das, das ist das. So, ähm, was ich aber sagen wollte, ja. Dann, am Donnerstag, also Mittwoch kommt Baumaschinen, und zwar ein 4-Tonnen-Bagger, plus 1,5-Tonnen-Walze. Wie hab ich da bis Mohtag, ähm... Ach so ein David. Was? Ach so ein David. Wer ich damit will. Ja, äh, ganz einfach. Und zwar, mein Grundstückfinder 60 Zentimeter, äh, ne, ungefähr an Höhe. Ja. Rundherum ums Haus. Und ich bekomme ab Donnerstag bis Freitagmittag 200 Tonnen Material. Rang gefahren, um Kumpel, und, äh, mit zwei LKWs. Und, ähm, die fahren kontinuierlich das Zeugrand und dann muss das direkt verarbeitet werden, breitgezogen werden, muss alle 20 Zentimeter abgewalzt werden, ähm, weil das auch gleichzeitig der Unterbau ist, äh, wo man Garage oder Carboard oder whatever halt, ne? Wenn man mal irgendwann mal hin soll und so, und dann muss das halt gleich, äh, tragfähigste Material sein. Und dann komme ich Freitag früh, 7 Uhr, kommen 25 Tonnen Kies. Bisschen oben das Haus, weil da wird gleich die Drainage eingebaut. Doppelbahn und, ähm, also ich hab noch zwei Leute mit da und, ähm, äh, die, das Abwasser vom Dach quasi, ne, muss ja auch, äh, rausgeleitet werden, vom Dach hin. Dann kommt Freitagmittag 25 Tonnen Frostschutz, äh, der direkt, äh, dann Garage, wenn das aufgebaut ist, kommen oben die letzten 30 Zentimeter, kommt Frostschutz verdichtet drauf. Und dann ist das quasi erstmal fertig, dann könnte da eine Bodenplatte drauf oder was auch immer, oder Kies und gepflastert werden, oder, naja, was man halt machen will, ne? Und, dann muss ich aber meine, also Donnerstag ist der Verputzer mit der Etage fertig unten, dann Freitag kommt der Klempner und legt die letzten Rohre auf den Fußboden, nämlich zum Heizkreisverteiler, das muss auf den Fußboden gelegt werden. Und, ähm, die Küche, Warmkeit, Zirkulation, das muss auf den Fußboden gelegt werden. Geht nicht anders. Allerdings muss ich davor die horizontale Wassersperre komplett aufbringen, das ist eine Schweißbahn, die ist einfach nur aufgeschweißt auf die Bodenplatte. Äh, die muss komplett vorher noch drauf, das muss ich selber machen. Ähm, allerdings muss da der Putzer eigentlich auch durch sein, das heißt, ich hab von Donnerstag, äh, Dacht, oder Donnerstagabend bis Freitagfrühzeit so ungefähr. Gibt ne Nachtschicht oder so, keine Ahnung. Ähm, und dann, würde ich sagen, und dann, ähm, das passiert, achso, ich muss aber morgen noch, äh, in der Hoffnung, dass es nicht regnet, meine, äh, botentiefen Fenster von außen abdichten. Ähm, das ist, ehrlich gesagt, ein bisschen tricky und gar nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, weil wenn du da irgendwas falsch machst, dann hat sich's. Äh, das muss ich dann auch noch von innen machen, aber außen ist das erste Mal primär wichtig. So, das muss ich auch noch machen, bevor das Material am Donnerstag kommt, alles. Uh, und dann, ist Samstag, Samstag kommt's drauf an, entweder lege ich weiter den Unterbau im ersten OG für die Fußbotenheizung. Das wär ich übrigens die gesamte nächste Woche dann machen, im EG und OG, denn, bis zum Wochenende nächste Woche muss das fertig sein. Denn am Sonntag kommt mein Kumpel, und dann wollen wir die Fußbotenheizung komplett reinbrechen, weil ich bekomme in zweieinhalb Wochen Estrich. Aha. Da geht ja ratzfass voran langsam, ne? Ja, und dann kommt der Estrich drauf, und dann hab ich zwei Wochen Urlaub, und mich können alle am Arsch lecken. Beide Wochen von meinem Urlaub ist, glaub ich, Gamescom, ja, genau. Und, also, da können mich wirklich alle am Arsch lecken, also die zwei Wochen sieht mich keiner auf Vorstellung. Weil, auch der Estrich muss ja trocknen und bla, und so weiter und so fort. In 21 Tagen kannst du, darfst du den Estrich keinen Zug, sondern nur, äh, einmal am Tag 10 Minuten lüften, ne? Und so weiter und so fort, ähm, dass der eben ganz, 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 ganz langsam trocknet und eben nicht reißt. So. Und das ist meine nächsten zweieinhalb Wochen. Das heißt also, entweder ich falle um, oder ich krieg's nicht fertig, oder ich krieg's fertig und falle danach um. Keine Ahnung. Jetzt ist es auf jeden Fall echt. Jenseits von gut und böse. Und wenn einer in den Kommentaren irgendwas schreiben sollte, dann, ähm, weiß ich auch noch nicht. Nein, aber, ähm, ja, so sieht mein zweieinhalb Wochenplan aus jetzt, und das ist halt echt, das beängstigt mich ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Weil ich muss es, vor meinem Urlaub muss der Estrich rein. Der muss vor meinem Urlaub rein, und das ist das Problem an der Sache. Weil er dann trocknen kann, ne? Oder erst mal muss. Und dann haltest du nämlich deinen Urlaub sowieso gut geteilt. Ja, naja, das Problem ist halt im Urlaub, äh, eine Woche bin ich nicht da, die erste Woche, und die zweite Woche bin ich auf der Gamescom. Und das heißt, ich kann dann auch, falls ich's bis dahin nicht schaffe, in den zwei Wochen nix machen. Und das heißt, der Estrich kommt erst nach meinem Urlaub, wenn ich dann das fertig hab, rein, irgendwann. Und, äh, dann war's das mit diesem Jahr. Weil der Estrich sechs Wochen braucht, bevor irgendeine Bliese oder irgendein Belag drauf kann, oder was auch. Ja, ja. Und 21 Tage, wie gesagt, ähm, keine Zugluft, und... Und danach kommt halt die Aufheizphase. Ja. Äh, das ist halt... Ja, mach dir keinen Kopf, das schaffst du schon. Ja. Also, es ist... Aber es ist halt wirklich, ja... Also, das wird Kurzgrenze werden, denke ich. Auch von der Belastbarkeit her, aber das ist die Kurzgrenze. Deswegen mal schauen. Also, ich weiß noch nicht, wie's... Freitag-Stream wird auf jeden Fall bleiben. Also, das... Fick mal hin. Aber Mittwoch muss ich jetzt mal schauen, wie's diese und nächste Woche aussieht. Also, ich werd's auf jeden Fall versuchen. Na, und wir schauen einfach mal, wie's aussieht dann. Naja, ist halt alles ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, Hopfen ist abgeerntet. Genau, und wir sind aber auch mit der Folge fertig. In diesem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Sollte kein Jammer jetzt sein, einfach nur mal, wie's so zur Zeit aussieht, was euch vielleicht auch die nächsten Bauvlogs erwartet, ne? Das, äh, ja, auch ganz interessant. Äh, ja, und, äh, ja, dann sind wir erstmal fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst das Däumchen da. Wir sind erstmal raus. Bis dahin, ciao. Tschüss. Ciao.